Hallo, grüß euch, das ist der Rainer Herbst und ich bin der Mani Pranger und wir zwei waren zwei Ex-Skifahrer und waren eigentlich Konkurrenten und mittlerweile haben wir uns zusammengetan und haben ein cooles Sportprogramm entwickelt. Rainer, wo sind wir in der nächsten Zeit? Ja, wir werden in Zukunft vielleicht öfters, aber diesmal im Blunhof sein. Das ist ein Vier-Stern-S-Hotel, ein wahnsinnig gutes Hotel in Riednauen in Südtirol und dort sind wir vom 24. bis 28.5. 2020 und wir werden dort unseren Motivations- und Bewegungsworkshop machen, unsere Tage machen und ja, wer Lust hat, kommt unter www.blunhof.it, könnt ihr euch die Angebote anschauen bzw. buchen und Mani, erzähl uns, was tun wir? Ja, wir legen sehr viel Wert auf die Tiefenmuskulatur, der ganze Körper soll mitspielen ohne Zusatzgewicht, also sehr interessant. Kommt aus unserem Spitzensport, aus unseren Verletzungen zurück zum Spitzensport. Die Übungen sind, glaube ich, ganz gut angekommen in der nächsten Zeit und wir sind ja sonst auch dabei beim Wandern, beim Radlfahren, also es wird sicher ein paar lässige Tage geben. Würde uns freuen, wenn ihr dabei seid und ja, wir sind voll motiviert und geben Gas. Und Freinand schon. Okay, ciao.